Digga, wir müssen uns jetzt küssen, Bro. Ich dachte, das ist jetzt eine Freundin, Bruni. Diese Scheiß-Wach-Schenke, Digga. Das fackt ihn grad so arg, Alter. Und auch wenn du Johannes fragst, bin ich mir ziemlich sicher, dass er das sagt. Du machst so viel aus dem Nacken bei dieser Übung. Da kannst du blind sein und du siehst das, Digga. Freunde, zwei Wochen Türkei gehen zu Ende. Wir bestellen gerade Taxi. Es geht ab zum Flughafen. Lisa, you will go to... Alright? To Moskau. Thank you very much. So Friends, ich wollte ein ganz kurzes Fazit jetzt geben. Vielleicht interessiert dich das. Wir waren jetzt zwei Wochen hier. Was lustig ist, genau jetzt wird es eigentlich viel wärmer. Jetzt hat es jeden Tag so 28 Grad und so. Bei uns, wo wir gekommen sind, war es noch so 15 Grad und so 17 Grad. Aber auch trotzdem sehr, sehr nice eigentlich gewesen. Ich bin aber ehrlich, es gab jetzt so mäßig Sachen zu erleben und zu tun jetzt hier in der Stadt nicht so viel. Wir haben uns irgendwie in den letzten Vlog die Altstadt und so weiter angeschaut. Aber es gab da nicht irgendwie wirklich viel mehr so Programm, was wir großartig machen konnten. Deswegen ein bisschen zack gewesen. Mau für die deutschen Freunde. Aber trotzdem haben wir uns, glaube ich, eine nice Zeit hier gemacht. Du warst nicht der größte Fan für mich. Haha. 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 George, wie war's bei dir? Gut. George hat äh... Gestern noch *** vorgesst. Ja, da schneid ich ja raus. Ach so, ich sag nein. Haha. Haha. So Freunde, es muss gleich Abschied genommen werden. Das ist immer die nicht so geile Sache. Sei ich ganz ehrlich, wie es ist. Wir müssen jetzt gleich boarden. Lisa muss ein bisschen warten. I will miss you, Baby. Me also. You also? Also. 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 Wir machen immer Spaß, Freunde, über diese Aussprache und so weiter. You will have a great few days in Russia. Okay? And we see in just a few days. You let me know when the visa is here, okay? To pick up the visa. Freunde, sie muss eben nach Russland. Das Visa abholen und dann können wir uns sozusagen wieder treffen. Und dann wird auch schon bald die FIBO sein. Wäre auch sehr, sehr lustig und cool, wenn wir mit Lisa zusammen zur FIBO gehen können. Aber wir werden sehen, Freunde, ich halte euch da mal auf. Und jetzt heißt es mal, Abschied immer an Freunde. Dann sehen wir uns hoffentlich in ein paar Tagen wieder. Riecht gut. Ach, die aus. Wir haben sogar Koch-Nische, Junge. Freunde, wir kommen Real Rap noch immer nicht auf unser Leben klar. Echt crazy. Das ist der verdammte 45. Stock, Junge. Ich bin sprachlos. Alter, später. Sowas gefühlt noch nie gesehen. Echt geisteskrank. Generell das erste Mal Türkei und jetzt checken wir gleich zwei Städte hier aus. Das ist schon echt, echt crazy. Keine Ahnung, die Unterschiede der verschiedenen Städte auf der Welt zu sehen, Freunde. Wir waren jetzt am Anfang des Jahres in Thailand. Dubai. Dann wieder in Österreich. Zum Beispiel in Wien in der Heimat. Dann jetzt in Antalya und so. Und jetzt hier. Und ich schwöre es euch. Überall hast du einfach einen komplett anderen Flair, Vibe, Feeling irgendwie. Auch von den Menschen her und so weiter. Aber wir kommen jetzt erst mal an. Packen die Koffer natürlich nicht aus. George packt sie nie aus. Ich pack sie eigentlich jemals aus, oder? Oder packt sie Lisa aus? Das ist die Frage. Spät auf jeden Fall. Wird's lustig. Wir werden jetzt dann auf jeden Fall bald die zwei Kollegen treffen. Ich bin gespannt, ob die einige von euch kennen. Lasst mir das mal in den Kommentaren wissen. Würde mich echt interessieren, Freunde. Mit beiden habe ich schon mal ein Video hochgeladen. Ey! Wir müssen uns jetzt küssen, Bro. Dachte das jetzt der Freundin, Bruder. Hast du das noch nicht erzählt? Oh! Junge, das freut mich. Die kann ich gleich weiter schenken an meine Freundin. grandsico... Mach ja-lag. Jerry, du hast Geschmack. Also wie heißt die Brule nochmal, mit der der jetzt am Start ist? Emily. Irgend難st bin es süß, sag ich dir ehrlich. War doch noch ne Lisa vor zwei Wochen. Wird einfach ne Glatze, du g'sch. Ich hab noch nie ne Glatze angepasst. Das war auch nicht wie die Nervsicht, die kommt einfach so. Was was oder so hohe ist? Die nimmt auf die Aufstand. Ich werde das so ausgerastet, Digga. Ich bin ausgerastet, Digga. Hier steht es, auf jeden Fall. Falls ihr ihn noch nicht kennt, Jeremy, stell dich mal kurz. Ich bin Jeremy Wiederkehr. Ich bin... Wie würdest du dich beschreiben in drei Worten? Boah, geistig behindert. Sehr geistig behindert. Wir gehen trainieren. Warum zum Teufel holt man sich einen Nerv? Bruder, nenn mir einen Grund, wieso man sich keinen Nerv holen soll. Digger, also. Ja, ich krieg die nicht raus, Digga, scheiße. Jeremy, ich bin gespannt, wie das es bei dir mit einer Beziehung nennen wird. Bro, ich habe ja gesehen, ich bin immer ernster und ernster, oder? Bei Tipps, du weißt, was ich meinen kann, Jeremy. Bist du sicher, dass ich hier die guten Tipps kriege oder eher so die? Also die Story, die ich von dir gehört habe, Bro? Ich weiß nicht mehr, was du meinst. Ja, du meinst. Was steht da am Push bei dir? Ja, Brust, wenn ich sage. Brust, Schulter. Ich mache Brust, Schulter, Trizeps. Aber beim Push-Training ist meistens eigentlich nicht so lang. Ich mache drei Brustübungen, zwei Schulter, oder zwei Trizeps. Ja, ich mache eigentlich gleich einfach die Trizeps weg und drei Schulter. Ich mache mal da drüben. Das ist Adien, Digga. Was ist das so? Brust für keinen, Digga. Nein, ich meine da drüben. Argen, da, keine Ahnung. Aber schon das da ist Adien, weißt du? Wir haben es übrigens noch immer nicht geschafft, das Chip zu gehen. Mit Jeremy machen wir das jeden Tag durch, Digga. Egal, was wir machen, Digga. Wir kommen über. Robin tut mir ehrlich leid. Oh, ich bin am Grime, ich bin am Schneiden, Digga. Jerome, du sitzt da. Jerome. Das ist das Bodenloseste, was ich jemals erlebt habe, Freunde. 18.40 Uhr wollten wir ins Gym. 20.13 Uhr, Digga. Ups. Robin regt sich auch schon die ganze Zeit auf. Robin meint, er ist wie Jeremy seine Mutter. Mit den Ticknir, come on. Also ich mache für ihn den Abwasch, ich mache sauber für ihn. Ja, natürlich zu Crank fahren. Bro, Digga. Willst du auch Tennis da machen, wenn du ihn brauchst? Dann gehst du mit ihm zu Freitag. Du bist Bro, dann sauber. Das ist jetzt genie, Digga. Die Hose ist richtig stark. Digga, Jeremy, die Hose steht dir und es passt. Ah, shit. Here we go again. Weil wir ja momentan viel unterwegs sind, Freunde, ihr wisst Bescheid, ich poste auf Snapchat von den ganzen Trips, Trainings, allen Sachen einfach, die passieren. Immer ganz viele Behind-the-Scenes. Das heißt, Freunde, gerne mal dort auschecken. Manuel Haas einfach, dort bekommt ihr jeden Tag ganz viele Stories, was so abgeht. auch Q&As. Das heißt, es lohnt sich, Freunde, auf Snapchat zu enden. Ihr wisst Bescheid. Bim Bambi, Bim Bambi, bieeeet. Bim Bambi, Bim Bambi, bieeeet. Ja, fuck. Bim Bambi, bieet. Bim Bambi, bieet. Sagst du dir zu kontrolliert, oder? Bisschen besser, als für mich, aber... Leute, komm auf den gleichen wie ich. Rot, dreh den Scheiß, du Arschloch. Okay, aber sechs Raps. Aber ich schau so ein bisschen Low-Rap-mäßiger machen. Ich schau so fünf bis acht Raps jetzt besser. Ich hab gar keinen einzigen gemacht. Low-Rap. Diese Scheiß-Raschide, Digga. Das fackt ihn grad so an, Alter. Das macht mich ungenutzt, du Arsch. Bruder, das fackt sich grad so an, das hab, oder? Digga, ich krieg den Scheiß nicht aus. Mann! Das ist doch nicht so schnell. Das ist doch nicht so schnell. Das ist doch nicht so schnell. Mann, Mann, ich schiebe es. Digga. Du bist so schnell. Ah, du Arsch, Digga. Das ist doch nicht so schnell. Time to go. Die Leidenschaft. Kommand, Jeremy. Das ist so ein Idiot. Wir müssen jetzt wirklich zusammen. Du drückst mehr aus deinem Nacken als ich keine Ahnung was. Junge, das hat man so gemacht. Jeremy, du machst ein bisschen Zeh aus dem Nacken. Ne, sind die Schultern. Jo Leute, ich bin's, Tim. Und ich zeig euch mal schnell, wie es funktioniert. Ihr kleinen Penner. No joke, wer weiß es, meine Schultern sind gut und es funktioniert. Gott forbid, Alter, mach das nicht. Vor allem nicht mit dem Gewicht. Seine Schultern sind aber auch wirklich sehr gut. Das Ding ist, Bro, da kannst du nichts, da kann niemand was dagegen sagen. Und auch wenn du Johannes fragst, bin ich mir ziemlich sicher, dass er das sagt. Du machst so viel aus dem Nacken bei dieser Übung. Da kannst du blind sein und du siehst das, Digga. Das ist einfach ein Fakt so. Nacken ist bei Schultern immer dabei. Du kannst Nacken nicht kombinieren, optimal machen und sitzen. Man kann sie mit Schwung mit 20 Kilo machen, es gibt verschiedene. Viele Wege führen auch rum. Das Ding ist einfach nur, was mein Gedanke ist. Umso schwerer du trainierst, umso besser bist du. Ne, 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 umso mehr Verletzungsgefahr und solche Sachen sind dabei. Und du musst halt überlegen, jetzt, Bro, passt alles. Aber du willst das dein Leben lang machen. Wenn du 40 bist, 35 bist und, keine Ahnung, drauf scheiß deine ganze Trainingslaufbahn, wie du trainierst, hauptsache viel Gewicht und so, kannst du mal zu Problemen führen. Das ist einfach nur das, was ich dir sagen will, Bro. Es ist mir eigentlich, egal, so im Sinne her, ich gucke, dass ich mich nicht verletze, aber, ich sag ganz ehrlich, wenn man mehr Gewicht mal benutzt, zum Beispiel das, da habe ich keine Gefahr, dass mir irgendetwas passiert, bin ich dir ganz ehrlich. Wenn man mal beat ist, könnte man mehr machen oder seitdem, dann passiert gar nichts. Da hat man auch kein wirkliches Verletzungsrisiko. Aber, 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 dann wird das ein oder andere Unheil passieren. Dem Einklempft der Supraspinatussehne, hier oben, viele Schleimbeutelentzündungen, oder sogar dem Riss einer Sehne. Man kann auf jeden Fall sagen, man könnte die Schulter auch effizienter treffen. Man könnte es, genau, man könnte sie effektiver und effizienter treffen und mehr aus der Schulter arbeiten, als mehr mit Schwung. Bro, was, was ist dein Ziel? Ist dein Ziel, maximal Gewicht zu erwegen? Ja. Okay, passt, dann passt. Mein Ziel ist halt zum Beispiel, maximal Muskulatur aufzubauen, um meinen Muskel zu treffen. Und ich treffe meinen Muskeln nicht mehr, wenn ich mehr Gewicht nehme und so mache. Natürlich nicht, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich mache eine Übung, die Kurzhandel, mache ich sehr schwer und daher mit Schwung, dynamisch. Und dafür das nächste, was ich mache, ist an der Maschine wirklich langsam kontrolliert oder halt an einem Kabel. Deswegen barren wir jetzt, Jeremy. Das ist gerade so, Alter. Ich spüre meine Arme nicht mehr, Junge. Es fühlt sich so an, als hättest du so Symptole reingespritzt, ne? Ohne wird es richtig geil. Ich mache oftmals am Ende von Übungen so intensitätstechnisch. Rest Pause mal drei. Das heißt, du gehst bis zum Muskelversank, 10 Sekunden Pause nochmal, 10 Sekunden Pause nochmal. Jeremy, es wundert mich nicht, dass du deine Kopfhörer die ganze Zeit verlierst. Was ist das? So, lass mich! Türkische Süßigkeiten, das ist das Geilste, was es auf dieser Welt gibt. Ich darf das nicht essen, weil wenn ich eins esse, dann ist es direkt 100. Das ist der Cheatcode für alle, die nicht direkt Kalorien reinbekommen. Cheatcode für Wadi Mark? Ja, Leute, wenn ihr keine Kalorien reinbekommen, macht das trotzdem nicht, Digger. Ich sage euch jetzt, der größte Cheatcode ist Cyclics Extreme mit Isoclare. Da könnt ihr eine Shake bauen, darauf kriegt ihr sogar maximal Rabatt mit Code MANUEL. Zu 100% könnt ihr machen, das Ding ist, die ist ja nicht 3, 4, 5 Shakes. Bro, du hast ein einziger Shake 600 Kalorien. Cleanest Protein, cleanest Kohlenhydrate. Kein Shet. Das stimmt, das ist schon gut. Das ist sehr vorbildlich. Das heißt, wenn ihr jetzt wisst, was zu shoppen ist bei ESN mit Code MANUEL, ihr wisst Bescheid. Oder Jeremy oder Villa. Und wenn wir schon beim Thema sind, Freunde, ihr wisst Bescheid, wir haben jede Woche richtig geile Aktionen bei ESN am Start, wo ihr auf Supplements maximal sparen könnt, Freunde. Und zwar mit dem Code MANUEL, das heißt, wenn ihr Supplements braucht, auf ESN gehen und dort, ja, mit dem Code MANUEL immer maximal sparen. Unterstützt auch so mich ein bisschen und ihr spart maximal. Das heißt, besser geht es auch nicht, Freunde. Und jetzt weiter mit dem Video. Ohne Witz, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber findet ihr auch, dass türkisches Essen das absolut geilste ist? Gibt geileres. Also, ja, ist schon fast auf der Eins, aber spanisches Essen, also Paella und so, ist auch wild. Boah, Paella ist auch wild. Ich sage euch, Hauptsache Fleisch, aber türkisches Essen wirklich fresh. Meintest du nicht, dass du jetzt vegan bist? Ja, bro, ich bin vegan. Ich finde einfach, bei türkisch so geil, Freunde, ohne Witz, dieser Geschmack, diese Würzung einfach. Ich weiß nicht, es ist einfach Baba-mäßig, ich liebe es einfach, Freunde. Würzende Fälle. Okay, großer Moment für dich, oder? Was? Freust du dich? Was? Du kriegst jetzt ja nicht dein Kebo-Fleisch, oder? Gehst du schon den ganzen Tag was von dir? Nee, Georgia. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video, bei dem wir uns durch die gesamte Stadt essen. Und dann, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, lass uns überraschen, was noch kommt. Hast du Hunger? Ja. Schon. Schönes, geiles Beef, Digga. Ich will so richtig geiles Dönerfleisch einfach, Alter. Darauf freue ich mich echt drauf. Ich habe da ein bisschen im Internet nachgeschaut und so weiter, was es da geiles am Start gibt. Schönes Steak-Dönerfleisch, Alter. Jetzt gehen wir wohin? Ein Kollege hat mir gesagt, dass hier in der Nähe ein richtig krasser Bazaar sein soll. Da gehen wir jetzt hin. Er soll auf jeden Fall richtig berühmt sein. Bazaar-mäßig ist eigentlich einfach nur so ein Platz, wo viel verkauft ist, oder wie? Und die haben dort einfach original Gucci-T-Shirts für 3 Euro, Digga. Richtig crazy. Und Louis Vitor für 2 Euro. Das ist echt krass. Willst du was trinken? Halt's Maul, du Arschloch, Digga. Also Jungs, ihr müsst wissen, ich bin am Fasten. Ich darf nicht trinken, Digga. Und es ist fucking heiß, ne? Auf jeden Fall Respekt, Real Rap an alle, die fasten, Junge. Ohne Witz. Wieso? Und willst du auch gerne mal probieren? Machen wir mit, Digga. Machen wir mit. Freitag? Ja, mal schauen. Ich bin nicht draußen. Und wir warten auf. Leute, es hat kein Ende ohne Witz. Auf jeden Fall sind wir jetzt angekommen. Schicken da jetzt dann den Bazaar aus und so. Und Jeremy ist jetzt hier neben dem Hund fressen ab. Ich jeder. Schau dir, wenn wir beigehen. Das ist echt lustig. Bro, alles fehlt? Ja, Mann. Bei dir? Brauchst du Hilfe? Möcht'n scheiß Macbook, das funktioniert. Entschuldigung, der wird gleich abgezogen, Digga. Ja. Du filmst einen Film? Ja. Ja. Porn? Ja. Ja. Porn? Ja. Porn? Ja. Junge. Er fragt deinen Namen. Ah, sein Name ist Jeremy. Mr. Beast. Mr. Beast ist hier. Ich ist Mr. Beast, yes. Okay, Freunde. Wir wollen zwar zum Bazaar, aber wir schaffen es einfach nicht. Ich selbst. Hat's funktioniert? Ich hoffe, Digga. Jetzt am Exportieren. Jeremy ist hier sein Office. Lass mal da so ein paar Uhren anfangen, Alter. Neues Investment. Kommt wild, Bruder. Aber kommt noch wilder mit einer Uhr. Ja, jetzt, Bro. Jetzt wollen wir verkaufen, Digga. Jeremy hat sich jetzt eine Brille ergattert. Karte. Original. Wie viel hast du runtergehandelt? Von 65 auf 25. Muss ich schon sagen, hat Jeremy Real Rap nicht dumm gemacht. Wir sind drinnen gestanden. Jeremy hat mit dem Disco-Tuber zu gestanden und nachgegangen müssen. Ja, blablabla. Wie viel bist du? 200er IQ muss ich sagen. Ja, ich bin aber rausgegangen und danach sind wir uns so. Doch, Bro. Komm. Welche Brille, welche Brille. Doch, doch. Okay, doch. Feist gut. Willkommen, meine Lieben, bei den absolut chaotischsten Leuten hier, die ihr wahrscheinlich kennt. Wir haben vor ich gefühlten Sekunden wahrscheinlich noch gesagt, dass wir eigentlich wohl essen gehen wollen. Ja. Wir haben es nicht geschafft, einen Laden auf... Und eine Glatze. Auf jeden Fall haben wir es nicht geschafft, ein Restaurant zu finden, was mich übelst abfuckt. Nein, ich hatte eigentlich voll Bock auf Kebab, Döner, irgendwas, aber gibt's hier nicht, Digga. Machen wir safe noch irgendwann, aber nicht. Machen wir safe noch, schauen wir. Holen uns jetzt einfach was Cleanes. Für mich eh besser. Für Jeremy glaube ich auch. Robin scheißt das oder so drauf. Deswegen gibt's jetzt eineinhalb Kilo Nudeln. Bruder, also wenn du das schaffst, dann küsst du dir wie ich deinen Fuß, Digga. Wenn du alle eine halbe Stunde schaffst, dann küsst du dir immer. Bruder, no cap. Jeremy übertreibt mir wieder komplett. Ah, ist das geil, Freunde. Chicken, Reis, Gemüse. Das ist so Schinken, glaube ich. Alles getrackt, Freunde. 1300 Kalorien in etwa. Wird hier jetzt reingezogen. Hab gerade noch mit Lisa telefoniert, ihr wisst ja Bescheid. Wir zittern gerade noch. Bis jetzt noch keine News bezüglich Visa. Ich halte euch da aber am Laufenden, ihr wisst Bescheid. Ich hoffe, dass wir das hinbekommen, Freunde. Ist einfach nicht geil, Freunde, wenn man in einer Beziehung ist und nicht zusammen sein kann. Klar, man muss jetzt nicht 24-7 aufeinander bicken. Ich glaube, ihr wisst, was ich mein so. Und es gibt noch viel schlimmere Fälle, also. Wir haben viele auf Insta und so geschrieben, dass sie zum Beispiel eine Fernbeziehung und so weiter haben. Was crazy ist. Was real talk. Respekt an jeden. Aber ich könnte es, glaube ich, nicht. Und ich könnte mir das einfach nicht vorstellen. Und jetzt hauen wir da mal ordentlich Essen rein, Freunde. Und sonst ein und nur noch was passiert. Ich küss euer Herz. Wir haben es tatsächlich noch geschafft, Freunde. Wir sind in einem geilen Laden, wo es Steak-Döner-Fleisch gibt, mein Lieber. Und es ist wichtig. Und das gleiche wie du habe ich auch. Und dasselbe nochmal. Wir testen das jetzt das ganze Mal. Jetzt gehst du mal taste testen. Mh. 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 Eindeutig. Fäch geil. Also ich sag euch ganz ehrlich, das schmeckt perfekt nochmal geil. Das ist geil. Das ist crazy. Jungs, egal. Geiler Dönerlader ausgesucht. Und, Jungs nicht zu vergessen, ohne Witz. Ei ran. Ei ran dabei. Das ist Endlevel. Das ist cool. Reis, dieses Steak-Döner-Fleisch im Mund und dann Ei ran, Leute, dazu in der Komme. Das ist Endlevel ohne Witz. Wir lassen es uns jetzt nochmal gut gehen. Gönnen uns hier die Proteins-Freunde auf euch. Let's go. So,